Was profitieren dir jetzt mit Walser oder Coca-Cola von dieser Zusammenarbeit, von dieser Partnerschaft mit Best of Swiss Gastro? Ja, also was sicher mega cool ist an Best of Swiss Gastro ist, dass man direkt bei unserer Zielgruppe ist. Zum Beispiel ich bin jetzt verantwortlich für den Horeca-Bereich bei uns. Und wo trifft man mehr Gastronomen als mit dieser Plattform? Es ist am höchsten relevant für diese Zielgruppen und genau da wollen wir mit unserem Wasser sein. Darum sind wir Sponsor.